Für Scheiße reden hatte ich noch nie genug Zeit. Frau? Ah, ah, Business, Mensch. Kinder vielleicht? Nerven, kreischende, stinkende, furzende Pampersbomben? Du wirst heißer als heiß. Du wirst eine aufrechte Sitzposition brauchen. Hey, ich bin noch zu jung. Die Jugend hat dich vom Töten nicht abgehalten. Hey, ich hab einen Rabatt verdient. Woolworth ist pleite. Kann ich betteln? Stirb gefälligst aufrecht. Ey, Mann, ein paar Tage in Vegas sind doch drin. Du hast so viele Quiz-Shows gesehen, die sind auch pleite. Kommt jetzt für immer. Three, two, one. Ich hol ein Schlafstoff hier, mein Regal aus und warum schreiß ich dich raus, was schon recht hier? Ich bin runter in den Hobbykeller gegangen und dann haben wir rumgeknutscht. Plötzlich war überall Blut und dann gingen die Lichter aus. Naja, ich hab ein halbes Jahr gebraucht, um rauszufinden, was eigentlich los ist. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat.